guten morgen liebe freunde des guten fantastischen musik infotainment ja es ist so schwül und es geht kaum ein wind hier außer aus der kleinen rosette meines süßen mobs ist der hinter mir liegt das ist das einzige was wir an luft bekommen ansonsten ist hier heute ein wetter ich weiß nicht richtig ekelhaft pass mal meine haare und die sind so aufgeplüscht das ist ganz ganz komisch ich musste die unbedingt in einem zopf bändigen weil sonst sind die so ja es hat ja geregnet es ist trotzdem warm und irgendwie schwül und keine ahnung also es war auf jeden fall eine erfrischende abwechslung tatsächlich ins kino zu gehen heute wir kommen da auch gerade her das war sehr sehr gut muss ich sagen wir waren im filmpalast hier in köln übrigens sehr sehr schönes kino muss ich einfach nochmal sagen ich finde das wirklich super schön es ist nicht so groß nicht so klein ist alles sauber alles on board ja und auch der sound in den serien ist gut und wir haben etwas schönes geguckt und zwar bts mit bring the soul das war wirklich ja unser erster bts film war auch schön muss ich sagen es hat wirklich gerade diese also man muss echt sagen diese konzertaufnahmen die haben schon nochmal die bringen einen dann schon auf ein anderes level so was sieht man dann auf youtube in der qualität habe ich jetzt nicht gesehen das war schon echt krass ich habe auch teilweise zwischendurch immer wieder gänsehaut davon bekommen ich auch weil ich das so krass fand wie präsent die auf der bühne sind und wie on point und heftig also es war wirklich ein schöner film wir schneiden das nur mal ganz kurz hier an weil das jetzt kein bts video werden soll aber es war einfach wirklich schön die thematik videos aufgebaut haben mit ich will jetzt nicht spoilern aber ja stimmt davon ja auch nicht wie sie jetzt das aufgebaut haben von der storyline und dann so rückblickend auf die konzerte wie sie sich vorbereiten und wie sie auch wirklich strugglen und hustlen und aber eins frage ich mich wie hat er diesen schnitt da rein bekommen den vier zentimeter schreibt das mal in die kommentare wenn ihr es wisst ihr habt den film bestimmt schon gesehen und ja das war auf jeden fall eine erfrischende abwechslung im kino zu sein wir haben auch den ein oder anderen von euch da tatsächlich getroffen das war auch super süß tatsächlich mal und weil so face to face ist ich meine ihr seht uns und ihr wisst wie wir sind und lalala aber wir haben gar keine ahnung wer die videos guckt so wissen wir teilweise wirklich gar nicht es ist ein bisschen ja ein bisschen zu distanziert manchmal denkt man sich und das ist doch schön ja auch komisch wenn man mit leuten so schreibt man hat gar nicht wirklich ein gesicht gar nicht und das müsst ihr auch auch verstehen also wir ihr seht ja wir sitzen ja hier aber wir wissen ja nicht wie ihr aussieht und dann ist das immer so ein bisschen ja ja für uns halt distanziert und ihr habt vielleicht schon so ein besseres verhältnis mit uns sage ich mal naja aber deswegen ist das auf jeden fall aufregend deswegen ist es cool euch dann auch mal zu treffen und dann hände schütteln umarmen reden quatschen und kennenlernen und so weiter deswegen ja gut und heute kommen wir aber zu einem nicht bts video sowieso werden wir auch in letzter zeit das gestern das video war seit zwei wochen mal wieder ein video von bts seit zwei wochen ja wir haben die echt sehr lange ein bisschen vernachlässigt aber es gibt halt so viel kpop und so viel guten kpop auch aber ich habe jetzt wieder richtig bock auf bts mit dem film ja das war echt man ist wieder so bei den jungs und dann hat man die noch besser kennengelernt und so weiter und so weiter es ist schon ist schon echt können das ist wirklich gut aber heute kommen wir zu sister mit touch my body von mir nicht gut durch den bildschirm geht das nicht aber dann kannst du mal das wird es in zukunft bestimmt auch bald geben oh mein gott ja bin ich mir fast sicher auf jeden fall die summer queens ja sehr krasses phänomen wo haben wir das gesehen eigentlich auf youtube dass die eben jeden sommer wirklich mit dem hit des jahres dann quasi raus kommen das ist auch sehr fasziniert wie das mache ich so ein bisschen jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr seit 2005 seit zwei jahren glaube ich ja irgendwie sowas ich will wollte jetzt nicht sagen es ist es ein bisschen so wie also hier gibt es ja auch leute die im sommer dann immer ließen und die dann auch wirklich sehr viel erfolg damit haben ich will es nicht sagen sagt nicht also ich glaube viele wissen was du meinst ja man kann es auch irgendwie nicht vergleichen so vom prinzip her ist es wahrscheinlich das gleiche ich meine wir haben ja schon gehört aber ich bin mir sicher dass das nochmal auf dem kanzler und sie ist der song der song von ihr der war ja stark wie war der titel noch mal da dali der aber richtig geil deswegen kann man das nicht also für mich zumindest gerade nicht vergleichen und naja gucken ich habe immer sorge dass wenn kein ton kommt der ist der stelle schön streicher da haben sie uns richtig geflaxtet mich gerade ich so schöne streicher und dings so fängt und dann und dann bin ich booh okay wooh 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 so ein bisschen gehe ich in's schwitzen wegen dem wetter aber sich dann noch so ein video anzugucken es ist ne trompete eigentlich die man da hört ach so ja soll man noch mal anfangen ich war gerade sehr visuell unterwegs sage ich mal also gehört habe ich gerade sehr wenig auf jeden fall die mit dem tatou auf dem bauch ist hyolyn Ja. Achso, ich habe ein Tattoo gesehen irgendwann. Ups, was? Achso, ja, ja, ja. Ja, das Tattoo hast du auch gesehen. Keine Ahnung, irgendwas, ja, ja, pinkes Haut. Ja, genau, das ist es. Ja, mehr ist, aber gut, das ist halt... Wie so ein Wupp, Wupp, Wupp und ein Tropfen. Ja, das ist aus dem Synthesizer jetzt irgendwie ein erzeugtes Geräusch. Also ich kann jetzt nicht dem Ding einen Namen geben. Okay, und das andere, ist das jetzt eine Trompete oder nicht? Ja, es klingt trompetenmäßig oder irgendein Horn, also irgendein Blasinstrument wird es auf jeden Fall sein. Aber auch hier wieder synthetisch, also es ist jetzt nix, ähm... Was? Nix. Du wirst ein bisschen rot. Ja, ja, sag ich so. Mir ist warm. Ja, auf jeden Fall wird das irgendein synthetisches Instrument wahrscheinlich. Ich bin so süß, wie sie mit dem Hintern immer so ganz kurz... Ja, ja, ja. Ich bin so süß, wie sie mit dem Hintern immer so ganz kurz... Also wenn er was abschütteln will und hinten noch was hängt, wollte ich sagen, aber auch manchmal so, wenn er sich einfach ausschütteln möchte. Also es geht wirklich gerade darum, dass man ihren Körper anfassen soll, oder? Ja, der Song heißt ja auch so. Ja, aber hätte ja sein können, dass irgendeine zweite Botschaft da irgendwie drin ist oder eine versteckte oder sowas, aber... Nee, das ist ein Sommersong, es ist heiß. Das ist wirklich heiß. Braucht nicht viel anziehen, also... Touch my body. Ey, touch my body. Ich finde, es ist instrumentartechnisch, es ist ein bisschen viel los tatsächlich. Also es sind viele sehr präsente, vordergründige Sounds, die dann parallel irgendwie spielen. Zwar nicht durchgehend, aber immer so selektiv oder punktuell, so wie dieses... Was du gerade gemacht hast, diese Trompete oder keine Ahnung was. Ja, ich finde das aber so ein bisschen, das lässt das nicht so leicht durchschauen, was da passiert. Könnte am Anfang vielleicht ein bisschen anstrengend wirken, aber dann so spätestens nach der ersten Hook ist man, glaube ich, dran. Oder? So geht's mir gerade. Ich glaube, diesmal war es wirklich ein Pfeifen. Wobei es auch ein bisschen wie so, wenn man dieses typische Cartoons-Sound, wenn eine Bombe runterfällt. Ja, ich würde gerade sagen, wie so bei einem Feuerwerk auch manche machen doch so Geräusche, diese... Ja. Ja, ja. You like my lips or my body? Ist die Frage, welche Lippen? Das hast du gesagt! Und gehören die nicht zum Körper? Guck mal, da sind es erst mal zwei Männer jetzt aufzusehen, ne? Echt? Sind das Männer? Ja. Ja, ich guck mal die Männer. Sind die echt? Die sind echt, ja. Die sagen gerade aus wie... Schaufensterpuppe. Ja, weil die sind so voll perfekt proportioniert, einfach so... Das kann ja keiner glauben, dass die schüchtern sind gerade, ja? Doch, die können ja trotzdem schüchtern sein. Dann präsentiert man sich so und ist schüchtern? Ja. 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 Ja, stimmt. Ich bin auch schüchtern. Gerade dann, ne? Ja, nicht unbedingt gerade dann, aber das hat, finde ich, damit nichts zu tun. Man kann trotzdem schüchtern sein. Nicht direkt, aber... Ja, aber irgendwie wirkt das ja dann auch so, man will ja nicht dann einfach hingehen und so sagen, wie sie, und dann sie einfach umarmen, so wie sie jetzt hier quasi einem vorschlägt. Gerade wenn sie freizügig angezogen ist, könnte ja sein, dass man dann irgendwie... Dass das direkt falsch verstanden wird. Genau. Ja. Siehste, auf die Claps, beziehungsweise die Snare wird da auf dem Popo geklatscht. Wir haben da auf jeden Fall heute auch eine gute Videoidee gehabt, die vielleicht auch was mit Popo klatschen und Musik zu tun haben könnte, aber schauen wir mal, ja? Was ist denn, wenn wir noch so ein Gesang, so... Irgendwie sowas, ne? Die S-Laute sind manchmal ein bisschen scharf, oder? Ja, geht. Nur hier bei diesem Chorus ist das so ein... Baby's so good, baby's so nice. Ja. Paradise. Ein bisschen, aber es geht eigentlich noch. Wenn du das jetzt noch auf einer normalen Anlage hörst oder irgendwie mit dem Handy oder sowas, dann, nicht mit dem Handy, mit anderen Kopfhörern, wird's dir weniger auffallen. Das ist halt hier bei den Referenz-Kopfhörern, da merkst du das halt sofort, wenn du an der Kante zu ist zu viel bist. Ja, deswegen sollte man sich die eigentlich auch mal holen und mit sowas abhören, aber... Baby's so gut ist das so schön. Hey, schöner kleiner Riff hier Oh, es endet so ein bisschen plötzlich, ne? Ja, schon irgendwie Ja, weil da so zwei Schläge irgendwie so übereinandergerollt kommen hier in der Percussion Ne, und dann plötzlich endet das Also hört es Und dann dieser Sub-Downer Also dieser... Ah, stimmt, ja Ja, also das ganze Setting und so weiter ist halt super so kitschig angelegt, so sehr bunt Und viele, 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 viele Farben Gerade hier, wenn ihr in diesem einen Raum da drin sind Und dann noch, wenn die Männer dazukommen und da anfangen Quatsch zu machen Aber Sista hat mir eben dieses eine Was war das denn? Ein Guide zu blablabla Irgendwas... Da 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 Sista And the Beautiful Reason They Broke up Das Band Irgendwie sowas Ja, auf jeden Fall die haben sie... Sie kennt das bestimmt Waren die nicht sieben Jahre oder sowas waren die zusammen, ne? Ja Die hatten so ein Versprechen untereinander angeblich gehabt Dass wenn einer der Member keine Lust mehr haben sollte Irgendwie in der Band zu sein, beziehungsweise in der Gruppe zu sein Und alleine ein Solo-Projekt machen möchte Dass sie sich dann einvernehmlich alle komplett auflösen Und sonst waren die anscheinend wirklich ein super gutes Team Sehr süß tatsächlich Man sieht das aber auch wie die hier zusammen viben Gerade hier in dieser Szene Voll cute Ja, und ich meine Jolin als Solo-Projekt ist ein riesen Ding, muss ich sagen Super, super stark Die Nummer wirklich gewesen Und auch sehr starke Sängerin tatsächlich Gefällt mir sehr, sehr gut Und hier Ja, in dem Song, finde ich, kommt es nicht ganz so sehr raus Dass die Mädels wahrscheinlich mehr könnten Sowas ist dann... Ja, es ist halt so eine richtige Pop-Nummer Die halt durchschlagen muss Und einschlagen muss Besser gesagt Da wird dann gerne mal mit... So ein Sommer-Hit wirklich Ja, da wird dann immer gerne so ein bisschen gespart Natürlich mit so super ausgefallenen Vocal-Lines Wenn die dann irgendwie zu krasse Riffs oder irgendwelche ganz krassen Lines da irgendwie singen Gerade in den Ad-Libs Das ist ja alles sehr sachte Da ist bestimmt... Da können die Mädels sicher sicherlich mehr Das wissen wir zumindest von Jolin auf jeden Fall Und... Man hört aber im Hintergrund auch immer wieder mehrstimmige Sachen Dass da die ein oder andere auch wirklich sehr hoch tatsächlich auch singen kann Ich weiß nicht mehr genau, wo das war am Ende Das war cool Hä? Das war cool Ja, das war echt cool Ich hab jetzt vorhin eigentlich schon gesagt Die eine Stelle wo dann im Hintergrund eine ganz ganz hohe Stimme kommt Und die doppelt dann auch da drauf hin an den nächsten Satz irgendwo auch sehr sehr hoch Oh, yeah Let's let an hand on my head, oh Touch my party You're in chosen chic, but again Oh, every party Honey, more than a peak Ihr seid ein gute Laune Sommersong definitiv Voll! Geil! Ja, schönes Ding Ich hab hier auch wieder gute Laune Ich war vom Anfang, die haben mich so verarscht quasi Ich dachte echt so, okay cool, oh yeah Das ist auch so richtig R&B mäßig, die schönen Streicher, das E-Piano, die Rhodes hört man da schon und dann Aber ich find's gut, dass er nicht ganz so schnell ist, er hat auch ein gutes Tempo, muss ich sagen Äh, ja Gut, ja, hast du sonst irgendwie Fashion, Make-up, du hast in letzter Zeit sehr wenig gesagt, oder? Zu den, immer in den Videos, weil ich zu viel quatsche, glaube ich Ja, ich will dich erzählen lassen, weil wir auf deinem Kanal sind Ja, gut, aber ich hab dich ja hier als Spezialgast sitzen, damit du auch hier ein bisschen mal sagen kannst, dass etwas besonders schön aussieht Wie zum Beispiel Jolin in diesem Bikini und den Hotpins Ist so ein besonderer Bikini, meine ich Ja Aber das, ähm, ich weiß nicht mehr, ob's die noch gibt, oder ob die von denen das Design hatten, oder ob das sogar von dieser Marke ist, Triangle Mhm Die hatten diese Bikini-Designs, der Song ist ja auch schon jetzt, weiß ich, fünf Jahre alt oder so Also ist auch schon wieder etwas her Ja, fünf Jahre Ja 2014 Ja, kann noch ein Triangle sein, ja Mhm, okay, kann nicht sein Das war voll cool, die wollte ich auch immer haben Gibt's die nicht mehr? Doch, die gibt's noch Was hat sie eigentlich hier für ein, äh, es ist, ach, Deadmau5, guck mal Witzig Ja lustig, das ist ja dann so, ja, so ein indirekter Shoutout an, äh, Deadmau5, lustig Ja 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 Schönes Ding, äh, richtige Sommernummer auf jeden Fall Hätte ich hier eigentlich auch im Radio laufen können Voll Wenn's, wenn's, wenn's vielleicht eine andere Sprache gewesen wäre Das ist immer so ein bisschen das Ding, aber gut, vielleicht entwickelt sich das ja noch So, da sind wir durch, oder? Ja Ja, okay War schön Ich hoffe, ihr habt was gelernt, äh, falls ja, lasst gerne, gerne ein Abo da und nicht vergessen Ich hab mir mein Urheberrecht Gib mir mein Urheberrecht wieder Was mein Ja, nicht so fest dran ziehen, bitte, es hängt noch am Rechner Äh, genau, es sind, es ist knapp, also, ich mein, es kommt mir so vor, als ob wir letztens noch da mit Mühe und Not die 20.000 geknackt hätten Und nicht vergessen, Instagram Auch krass Fast, äh, 15.000 Fast Fast Da waren gerade Mit dir vielleicht Mit dir auf jeden Fall Und die Und die Ich hab das Gefühl die ganze Zeit, dass ich irgendwas Wichtiges noch sagen wollte, aber es fällt mir nicht mehr ein Hm, deine Spotify Playlist Ja Könnt ihr auch mal abchecken, die ist unten verlinkt Auch aktualisiert, jetzt seit gestern, äh, jede Woche wird die mal aktualisiert, aber das, das wissen die, irgendwas Merch Gibt's auch, das sehen die unten Kopfhörer, Butch Nee, irgendeine Story, als irgendwas ist doch irgendwas Irgendwas war, ich hab's, äh, mir fällt's nicht mehr ein Gut, bis zum nächsten Video, vielleicht fällt's mir dann wieder ein Tschüss